Hallo und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen zum Nikolaustag. Für euch Nikolaus. Jetzt ist gerade Dienstag, also ein Tag vor Nikolaus und ihr seht das am Nikolaus, also Nikolaustag. Ähm, genau. Ich wollte euch eine kleine Freude eventuell machen und ich habe bei der Architechnik vom Farming Simulator so ein kleines Paket mitgenommen und das wollte ich jetzt an euch verlosen und ich würde noch einen Steam-Gutschein oben, so oben raufpacken, so, weißt du, wisst ihr, hier mit rein in das Paket. Und, ähm, genau. Und ich kann euch auch schon mal sagen, ich habe vor, am Weihnachten, also Heiligabend am 24. eine, nennen wir es mal, XXL-Verlosung zu machen für meine Abonnenten. Ähm, was genau da verlost wird, das werdet ihr dann sehen am, am, ich denke mal am 23. werde ich das Video hochladen. So viel erstmal dazu. Gut, was haben wir? Wir haben ein paar Dinge vom Farming Simulator. Wie gesagt, ich war auf der Architechnik am Farming Simulator, stand und dachte mir so, boah, ne, nimm mal mit, ne. So, also wir haben, ich öffne es mal, in diesem, also wir haben auf jeden Fall schon mal diesen Beutel vom Farming Simulator und dort sind Sachen drin. Bevor wir die Sachen angucken, was da drin ist, sage ich euch nochmal, ich werde einen 20-Euro-Steam-Gutschein noch mit drauflegen. Oder 25 Euro. Das Ding ist, ich habe den noch nicht gekauft und ich weiß nicht, was es gibt. Und dann kauft man immer 20 Euro, aber wenn ich den jetzt beim Edeka kaufe, sind das 20 oder 25 Euro? Lass dich überraschen, du Gewinner wirst überrascht, sind es 20 oder 25 Euro? Ich kann es noch nicht sagen. Genau, der kommt da auch noch mit rein, da kannst du vielleicht ein kleines Spiel oder die Zielform kaufen, hast du mit Sicherheit, mit Spaß. So, wir haben einmal den Farming Simulator. Leak-Beutel, ist ein Tornbeutel, kann man aber auch zum Einkaufen benutzen. Und in diesem Beutel sind noch Sachen drin. Einmal, ja, die Enttäuschung des Jahres. Niemand will das zu Weihnachten bekommen, also verschenke ich es am Nikolaus Farming Simulator Socken. Und, ich weiß nicht, falls du noch zur Schule gehst oder auch so noch eine Brotdose brauchst, oder dein Sohn, deine Tochter, eine Farming Simulator Brotdose. Finde ich im Übrigen ganz cool. Das ist eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist, da ist so ein Trenner drin. Fand ich ganz cool, weil dann kann man, weißt du, links Brot, rechts dann irgendwie Gurke, Paprika oder so. Soll ja auch ganz gut sein. Genau. Falls ihr jetzt dachtet, boah, da kommt bestimmt was Krasses. Nee, das war's schon. Mehr gibt's, wie gesagt, am Heiligabend. Da will ich eine XXL-Verlosung machen. Da kommt was für die Farming Simulator Community. Da kommt was für die Yu-Gi-Oh! Community. Da kommt was allgemein für die Gamer und so weiter. Also, da kommt schon was richtig Geiles. Und da wird's auch mehr als nur einen Gewinner geben. Also, ich sag mal so. Falls du das hier plus den Steam-Gutschein gewinnen möchtest, den ich noch kaufen muss und deswegen nicht weiß, wie hoch der ist, dann ist es ganz einfach. Du musst Abonnent von meinem Kanal sein. Das heißt, entweder hast du mich schon abonniert oder du abonnierst mich jetzt. Du hinterlässt dem Video ein Däumchen nach oben oder nach unten. Mir geht's nur um die Interaktion. So ehrlich bin ich. Und, ganz wichtig, auch ein Kommentar. Denn ich werde, ja, keine Ahnung, schreibt mir irgendwas. Hauptsache, es ist ein freundliches Kommentar. Dann werde ich mir das gefühlt freundlichste Kommentar, also ich werde es per Zufallsprinzip raussuchen. Und dann auf diesen Kommentar antworten, wie es weitergeht. Das Video geht um 10 Uhr online. Abends um 20 Uhr werde ich den Gewinner anschreiben, sodass er am Nikolaus auch noch den Gewinn bekommt. So, ne? Das war's. Hoffentlich hattest du oder hast noch einen schönen Tag. Und, ja, und falls du dich fragst, ich hätte keine Weihnachtsmütze oder so, nee. Hab keine. Und kauf mir auch keine. Bis dann, danke und ciao.